hallo und herzlichst Willkommen zurück zu Ratchet & Clank mit mir Zabex und in der coolen letzten Folge haben wir uns gegen ein paar Schiffe auf der Lava Welt durchgeschossen dann haben wir Stilpunkte erhalten weil wir cool sind und sind dann weitergereist zu dem anderen haben da noch genau da hat Ratchet noch viel mehr kaputt geschossen und weil dann alles kaputt war hat er den coolen Helm bekommen und sind dann gleich wieder zurück nach Orxen wo die Orx rum Orxen oder so und reisen dort und haben da so einen coolen Infobot gesehen der die ganze Zeit vor uns wegrennt und wir dann so oh ne du Arsch und sind hinterher und nun geht's weiter mit dem Flammenwerfer oh yeah hallo oh ich seh ja Gegner it's a trap will euch irgendwie kaputt machen bitte ich hab keine Munition eh dich kann ich auch noch so kaputt machen das seh ich doch dich kann ich wenigstens noch ein bisschen verletzen und dann mit dem Flammenwerfer flambier dich der rennt immer weg das ist so nicht nett da sind immer mehr Gegner nö what was was wir ey ich glaub der mag uns nicht hab ich keine Waffe alle Waffen mehr oh ja lass uns Minen legen äh ja Minen legen ich muss mich konzentrieren der Raketen-Typ ist uncool ich mach euch mit Minen fertig oder ihr macht euch gegenseitig fertig ist mir egal ist mir völlig egal Hauptsache ihr sterbt alle ich kann den Typen nicht angreifen ich muss vor dem fliehen oh ne ach oh Infobot hallo Infobot hier jetzt kannst du nicht mehr weg Arsch ah oh oh ne was geht ab ich äh jetzt geht's ganz schön auf den Kopf äh hier lang oh ne völlig falsch so lang das geht schon besser jetzt haben wir dich Hallo alle zusammen hier ist wieder mal der Vorsitzende Drek mit einem Bericht über die aktuelle Lage wir haben jetzt die ideale Umlaufbahn für unseren Planeten gefunden und sie garantiert optimale Temperaturen das ganze Jahr im Moment besetzt bedauerlicherweise ein anderer Planet diese Umlaufbahn und so leid es uns für seine paar unbedeutenden Bewohner tut er muss zerstört werden dafür haben wir dies entwickelt der Planetenhammer Maximus ein Gerät das ganze Planeten zu subatomaren Partikeln verarbeiten kann wir sind sehr stolz darauf und so funktioniert's wir installieren den Planetenhammer auf diesem Schiff bringen es in die Umlaufbahn des Planeten und schlagen zu gewumm einfach genial oder? sobald unsere hochqualifizierten Experten unsere neuen Planeten vollendet haben sind wir endlich soweit danke und bis bald der Typ will einen ganzen Planeten in die Luft springen das ist doch gemein das habe ich dir doch gesagt hey ich will weiter zu Quark aber falls wir dabei Drag erledigen umso besser was ist? es ist dir wichtig übertreib's nicht oh yeah wir haben was geschafft und nun gehen wir da runter können wir da einfach ja ihr könnt einfach runter ah hier ne wo sind wir? ach da ja hier hier bei den komischen Blackies 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 Flammenwerfer ganz klar Flammenwerfer das mache ich weg so dann haben wir das ach hier können wir gar nicht was? haben wir hier nicht lang? ach doch ich dachte schon ich war durcheinander mal wieder so jetzt haben wir einen neuen Planeten aber hier ist noch was da ist noch ein Fragezeichen Mission als Wretched Erkunden ok also der gleiche Name nochmal alles klar und wieder zurück weil wir noch nicht genug davon haben ja hallo Leute ich bin wieder hier hu 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 so dann stehen wir gehen wir statt nach rechts nach links ich glaube wir brauchen Flammen jetzt haben wir Hieb wow aber da geht ja unsere ganze Munition ganze Power weg hat 50 kann ich jetzt nicht so viel kaufen euch brauche ich ein bisschen dabei ganz klar der Blaster ohne Blaster geht gar nichts und ein paar Mühlenhandschuh dachen wir wollen ja irgendwie überleben so da kommt doch gleich wieder diese Schütze oh ich hab den Flammenwerfer ausgeweht ich knallkopf ich knallkopf natürlich der ist jetzt so weit weg dass er Arschi ist Arschi na gut dann ignorieren wir ihn oder können wir ihn abschießen einfach so ist so Rache nee das geht nicht das geht doch oh na gut der braucht ein bisschen viel sollte man eh vielleicht das nächste Mal lassen sehe ich als sehr gut Heating an so weiter geht's Hallo Leute was geht ab Evo Party Partey wollte Partey machen Partey Bomben Partey Bomben Partey oh oh Bomben Partey die beiden hören aber auch gar nichts schlafen wie zwei Engel wie zwei tödliche Engel mit Scherenkrabben des Todes eh ich schieße dich ab ja versteck dich da gar nicht erst hinter die Wand das funktioniert nicht denn ich habe Skill oh oh Bombe oh yeah äh oh ne so du bist weg jetzt seid die sind seid ihr typisch wieder hier hey ich ich will euch doch nur treffen danke wir wollten uns doch schon immer näher kommen und uns treffen kleine Freunde oh money bam oh ne oh oh ne und da kommt der Typ einfach oh man hätte ihn super jetzt abschießen können hey oh wie macht man das jetzt am besten ich habe äh Kamera bitte tu mir das jetzt auch nicht noch an oh 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 natürlich muss die Waffe hey oh no nee getroffen ich habe getroffen oh noch ein Treffer oh ne Junge treff doch mal was geht ab 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 es geht Heilung ab So, nun, denn, halt den Rand, halt den Rand, hör auf, hör auf, damit die Leute zu wecken. Ich muss den wegmachen, der ist mir zu nah am Weg. So, damit ich dich treffen konnte. Äh, wollen wir hier auf? Vielleicht, nein. Oh, oh, Jesus, nee. 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 Kackbrot. Jetzt sind die wach. Jetzt schlafen die nicht mehr richtig, glaube ich. So, jetzt müssen die Kleinen ran. Hat ja sonst keinen Sinn. Kommt schon, kleine Männer. Habt Spaß am Zerstören. Boom. Und noch eine. Ah, die können reichen. Nee, doch, vielleicht. Fast. Und der letzte kann auch mit dem Blaster weg. Und der ist fast besser auch weg. Oh, das ist fast die Kiste. Heilung, bitte, danke. Wunderschön. Heilung, du warst noch nie so schön wie jetzt. Boop, boop. Noch ein Boop? Danke. Ich mag Boops. Schlaft. Ich sagte, schläfchen. Mach dir dickerchen. Nicht wach sein. Oh, nee. Kann ich dich von hinten treffen? Cool. Geh da wieder, geh wieder zurück. Komm, komm wieder zu Papi. Junge. Stell dich nicht so an. Wie viel Schuss brauchen wir denn? Oh, ganz schön viel. Oh. Oh, ich will nicht runterfahren. Irgendwie sehe ich das schon kommen. Ich sehe den Fall schon vor mir. Oh, nee. Kekse. Mama. Oh, nee. Oh, du kommst da aus dem Nichts. Was für ein Dovi. Ich sehe dich. Ich habe dich gesehen, du Hund. Not today. So. Lass Heilung. So, jetzt fühle ich mich schon sicherer. Jetzt fühle ich mich schon viel sicherer. Hallo? Was erwarte ich? Ein N. Ein riesengroßes N. Hallo, N. Dies ist ein Bonus Nanotech Automat. Du kannst dir eine Dose kaufen, um deine Gesundheit zu steigern. Yay. Billig. Oh, 4000. Egal. Ah. Dieser Automat hat auch Super Nanotech, die neueste Gadget von Technologie. Super Nanotech steigert deine maximale Gesundheit um 100 Prozent. Was? Hahaha. Das ist viel, aber kostet auch. Oh Gott. Kostet das viel. 30.000. Das sollte man, glaube ich, drauf sparen. Oh. Wenn das dazu auch... Seht das Rabattding auch dazu? Wo müssen wir da nochmal hin, wenn das Rabattding da ist und wir einiges an Geld haben? Sollte man, wenn man schwarz, ja eigentlich möglich sein. Und ich noch mehr Waffen kaufe. Yay. Zupidupi. Und nun habe ich... Yay. Ich habe fünf Punkte. Und gleich ein weniger. So. Können wir da wieder hoch? Können wir etwa hier hoch? Wie geht das etwa? Oh cool. Jetzt sind wir... Ach so. Ich verstehe. Ach. Das war der leere Raum, wo man nichts machen konnte vorher. Yay. Yay. Alles klar. Hier waren wir doch mit Clanky. Boy. Eh. Kuni, Kuni. So. Aber ich würde sagen, das war es für die heutige Folge von Wretched und Clanky. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wenn ja, schaltet doch einfach beim nächsten Mal ein. Wenn wir einen neuen Planeten erkunden. Einen ziemlich arktischen. Und dann, das kann ich euch schon sagen, wird es echt cool. Ne? Also Handschuhe einpacken und in zwei Tagen oder so sehen wir uns wieder. Alles klar. Ich bin Sarvex und ich bin nun raus. Ciao.